Okay, es wird mal wieder Zeit für ein Was-wäre-wenn-Video und das wird zum einen sehr wahrscheinlich das letzte Was-wäre-wenn-Video 2023 werden. Und wenn es ganz blöd läuft, wird es das erste Video 2024 werden. Das heißt, so oder so ist es schon ein besonderes Video. Noch dazu ist es jetzt hier das allererste Was-wäre-wenn-Video aus dem Godzilla-Universum. Und wir beschäftigen uns jetzt mit einem Was-wäre-wenn-Szenario, das so tatsächlich im Film passieren könnte. Denn dieses Was-wäre-wenn-jetzt-hier spielt vor der Veröffentlichung von Godzilla & Kong. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was wäre, wenn Skarking es schafft, Godzilla mit seiner Peitsche zu kontrollieren. Das hört sich in der falschen Tonlage wirklich falsch an. Trotz allem starten wir jetzt mit dem Video. Viel Spaß. Vor Beginn lasst uns nochmal ganz kurz hier so die Grundregeln klarlegen. Wir wissen ja, dass Skarking mit der Peitsche, die er mit sich trägt, die er scheinbar eine Wirbelsäule eines Kaijus darstellen soll, damit kann er andere Kaiju kontrollieren. Scheinbar ist er im Film, das wissen wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht ganz sicher, scheinbar ist er aber im Film darauf aus, den sogenannten Shimo, den Ur-Kaiju, den Vater aller Kaijus, kontrollieren zu wollen. Das heißt, die Peitsche ist so mächtig, dass sie in der Lage sein könnte, den mächtigsten Kaiju aller Zeiten zu kontrollieren. Wir haben ja auch schon dieses eine Bild hier geleakt bekommen, wo man auch hinten drauf in der Ecke links sowas sieht, was Skarking sein könnte oder irgendwie die Hand von Skarking sein könnte. Und da könnte man darauf schließen, dass Skarking hier wirklich schon auf einem Shimo reitet. Das könnte so im Film passieren. Das heißt, dass diese Peitsche wirklich eine unfassbare Macht mit sich bringt. Was wir ebenfalls wissen, ist, dass die neue Verwandlung von Godzilla, also Godzilla Evolved, die Fähigkeit hat, den sogenannten Heath-Rate abzufeuern. Das ist quasi die neue Variante des Atomic Breaths, nur eben diesmal ein gewaltiger Hitzestrahl. Und ich habe euch mal ein Video da oben verlinkt, da haben wir bereits darüber gesprochen, dass es ja kein Zufall sein kann, dass wir hier Hitze gegen Kälte kämpfen haben. Das scheint wohl dann so ein Ding zu sein. Shimo gegen Godzilla. Was würde allerdings passieren, wenn ein Skarking in der Lage wäre, Godzilla mit dieser Peitsche zu bändigen? Und naja, da wir den Film eben noch nicht gesehen haben, müssen wir uns jetzt hier einfach mal eine der zahlreichen Theorien schnappen. Und wir gehen davon aus, dass Godzilla wirklich erst am Ende des Films aus diesem Eiskokor herausbricht und eben dann Kong bei seinem Kampf gegen Skarking und Shimo hilft. Was wäre, wenn während dem Kampf gegen Skarking dieser es eben schaffen würde, Godzilla mit der Peitsche zu manipulieren und dann eben auf Kong zu hetzen? Das würde hier allerdings nur dann funktionieren, wenn er die Kontrolle nicht mehr über Shimo hätte. Denn ich glaube, dass diese Peitsche nur in der Lage ist, einen einzigen Kaiju zu kontrollieren und nicht ganz viele verschiedene gleichzeitig. Eben quasi wie ein Lasso, ganz blöd gesagt, wo du eben dann nur einen Kaiju damit einfangen kannst, den du eben auch kontrollierst. Das heißt, nachdem Godzilla sich nun verwandelt hat und eben nun die Hitze Macht besitzt, könnte Godzilla mächtiger sein als Shimo selber. Das könnte ein Skarking als Anlass dafür nehmen, Godzilla kontrollieren zu wollen. Sollte das passieren, wäre das der Moment, in dem Shimo nun vernichtet werden könnte. Durch die Macht von Godzilla, der eben dazu gezwungen wird, Shimo nun umzubringen von einem Skarking selber. Wir würden nun also ein Rematch bekommen können zwischen einem Godzilla Evolved gegen einen Kong. Denn Skarking würde logischerweise auch danach Godzilla gegen Kong kämpfen lassen. Und hier müsste man sagen, im realistischen Szenario hätte Kong hier keine Chance. Das wäre das Ende von Kong, denn diese Evolved-Variante von Godzilla soll ja nochmal um einiges mächtiger sein als der Godzilla aus Godzilla vs. Kong. Und der war ja schon stärker als Kong. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kong in der Hollow Earth jetzt irgendwelche gewaltigen Fortschritte gemacht hat. Es gibt Theorien, die besagen, dass diese Hand, die Kong hat, irgendwelche Blitze schleudern kann. Ich habe davon noch rein gar nichts gelesen, was in irgendeine offizielle Richtung geht. Es gibt dieses Bild hier, wo man sieht, dass Skarking irgendwas mit Blitzen wohl kontrollieren kann. Und es gibt wohl auch bestimmte Spielzeuge, wo im Hintergrund ein Gewitter abgebildet ist. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie eine Figur großartig mit Blitzen um sich ballern kann. Sollte das der Fall sein, dann werden wir es auf jeden Fall dann im Film erfahren oder im zweiten Trailer möglicherweise auch schon. Allerdings gehen wir hier einfach mal davon aus, dass Kong in seiner Zeit in der Hollow Earth trotz allem einiges dazugelernt hat. Denn auch Kong ist ja sichtlich älter geworden zum Zeitpunkt von Godzilla-Ex-Kong. Zumindest vom Zeitraum von Godzilla vs. Kong bis hin zum neuen Godzilla-End-Kong-Film. So, es ist kompliziert, wenn die Namen immer fast gleich klingen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen älteren Kong. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass das Alter bei Kaijus nicht immer, aber meistens dann doch, auch ein Indiz für die Macht ist, dass die Tiere wirklich mit sich bringen. Je älter ein Kaiju ist, umso mächtiger ist er in der Regel eben auch. Und das könnte dafür sorgen, dass ein Kong inzwischen wirklich auch die Fähigkeit hat, Godzillas Angriffen ausweichend können und wesentlich agiler ist. Noch dazu dürfen wir nicht vergessen, dass wenn ein Godzilla Evolved wirklich unter die Kontrolle von einem Skarking gerät, dann agiert Godzilla nicht mehr unter eigenem Willen, sondern immer noch unter der Kontrolle eines Skarking. Diese Kontrolle könnte dann eben der Faktor sein, der Kong dabei hilft, diesen Godzilla eben zu besiegen. Jetzt nicht zu töten, das würde nicht passieren. Aber das könnte erklären, wie Kong es schaffen würde, gegen Godzilla vorzugehen. Da der eben unter der Kontrolle von Skarking steht und der es vielleicht nicht so gut drauf hat, Godzilla komplett zu kontrollieren, weil der eben auch so mächtig ist. Das heißt, wir könnten in diesem Fall wirklich ein Rematch bekommen, Godzilla vs. Kong. In dieser Variante dann könnte eben ein Kong Godzilla besiegen, aus bestimmten Gründen, die ich eben gerade auch genannt habe. Und das wäre dann quasi so der Gegenpart zu dem, was in Godzilla vs. Kong passiert ist. Denn da ist ja Kong definitiv von Godzilla besiegt worden und wurde dann irgendwie wieder reanimiert durch diesen Elektro-Stoß. Jetzt hätten wir eben dann hier die andere Variante, dass ein Kong einen Godzilla besiegen könnte, um dafür zu sorgen, dass Skarking die Kontrolle über Godzilla verliert. Daraufhin könnte Skarking gegen Kong kämpfen und Skarking würde den Kampf dann sehr wahrscheinlich auch gewinnen. Bis ein Godzilla allerdings dann wieder auch erneut zu Kräften kommt und dann haben wir den Kampf Godzilla und Kong gegen Skarking. Das heißt, jetzt wird dann eben hier Skarking komplett ausgelöscht werden. Shimu ist allerdings tot, das heißt Godzilla wäre im Endeffekt dann der mächtigste Kaiju, der aktuell auf der Welt existiert. Das wäre einfach mein Gedanke zu diesem, was wäre wenn. Ich bin der Meinung, dass es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass irgendeiner der beiden Kaiju, Kong oder Godzilla, dann doch auch von einem Skarking kontrolliert werden wird. Das macht irgendwie Sinn, dramaturgisch für Storytelling glaube ich, das wird dann auch soweit kommen. Mal gucken, ob ich damit recht hatte und wie das Szenario dann eben wirklich weiterhin ablaufen würde. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Schreib es mir gerne in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.